Rohbauspachtel innen. Glätt- und Flächenspachtel für unverputztes Mauerwerk. Ideal für Löcher und Leitungsschlitze bis 50 mm. Bereits nach 24 Stunden überstreich und überklebbar. Für Wand und Decke. Das Produkt ist mit dem Emicode EC1 plus R ausgezeichnet und daher sehr emissionsarm. Für nachhaltiges Bauen und Renovieren. Grundieren. Beste Basis vollflächig mit Quast auftragen und trocknen lassen. Circa 3 bis 4 Stunden. Rohbauspachtel innen mit Stahlglätter aufziehen. Fläche nach 20 bis 50 Minuten mit Schwammbrett und wenig Wasser mit kreisenden Bewegungen nacharbeiten. Zur Erzielung einer glatten Oberfläche nochmals mit Stahlglätter abziehen. Entfällt bei nachfolgender Fliesenverlegung. Werkzeug mit Wasser reinigen. Lugato steht für Markenprodukte in höchster Qualität, Gelingensicherheit und Dauerhaftigkeit. Lugato fürs Leben gemacht.